Es gibt neue Family Cask Abfüllungen und ich habe natürlich erstmal nichts Besseres zu tun, als zwei von denen mit euch hier zu probieren. Starten möchte ich heute mit diesem 1994er Refill Sherry Bud mit 54,3 Volumenprozenten. Hallo und herzlich Willkommen zum Whisky Turntable. Wer meine letzten Glenn Farkless Videos gesehen hat, in denen ich über die Family Cask Serie erzähle, der hat mitbekommen, dass mein treuer Glaube an die Qualität dieser Serie doch in letzter Zeit einige Risse bekommen hat. Und es ging da oft um jüngere Abfüllungen, meistens auch frische Sherry Fässer. Also sie schreiben ja nicht First Fill drauf, sondern dann einfach nur Sherry Bud oder Sherry Hoxhead. Und die haben mir dann ehrlich gesagt nicht mehr so gefallen wie früher einmal, besonders da früher die Abfüllungen meistens älter waren. Jetzt, März 2022, gibt es ja das Sommer Release und es trudelte bestimmt auch schon im Januar ein, im Februar. Ich habe es jetzt irgendwann im Februar, meine ich, mitbekommen und dann habe ich mal zugegriffen. Denn bei dieser Serie ist das ja auch so ein Problem. Einzelne Abfüllungen sind dann manchmal sehr, sehr schnell vergriffen. Ich habe mich so ein bisschen durch die Forengruppen und weiß der Kuckuck was gelesen, um so ein paar, sagen wir es mal so, auszusortieren. Denn dafür sind sie mir mittlerweile echt zu teuer und ich möchte auch keine 20 Flaschen probieren. Also bei diesem Sommer Release von 2021 soll es jetzt bei diesen zwei Abfüllungen bleiben. Wie gesagt, hier Refill, circa 26, 27 Jahre alt. Man weiß es ja immer nicht so genau, da ja dann als Brenndatum nur die Jahreszahl bekannt ist. Hier habe ich einen 96er stehen. Ja genau, 96er Sherry Bud, also erstbefüllt. Ist ein klein wenig jünger, aber ich denke, so haben wir nochmal wieder einen schönen Vergleich zwischen Refill und First Fill. Der kommt in zwei, drei Stunden dran. Dann mache ich das zweite Video. Ihr seht das dann am Anschluss an diesem Video. Manchmal habe ich dann da noch eine Videopause dazwischen, also dass es dann praktisch direkt in der Folgewoche kommt. Aber ihr werdet es ja sehen. So, ich hole die Flasche mal raus. Wir haben die bekannte Eichenholzkiste. Hat sich nichts geändert. Eigentlich hat sich am allen nichts geändert. An der Flasche nicht, an der Kiste nicht. Schöne Sachen, wenn sich mal nichts ändert. So, weg damit. Ich blende euch die Farbe ein. Und da sieht man es auch ganz schön. Wer hier Refill ist und wer First will, bräuchte ich eigentlich gar nicht beischreiben. Gut, wir haben, ich nehme mal meinen Zettel. Was hatte ich denn jetzt noch nicht? Genau, die 54,3 Volumenprozente ist ja nicht gerade hoch. Da könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere am Jammern, am Weinen, am Meckern ist. Aber ich finde es klasse. Gute Stärke kann ich direkt so loslegen und kann dann eventuell nochmal mit ein paar Tropfen Wasser da rangehen. Kostet in Deutschland. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt. Günstigster Shop war 338 Euro. Dazu muss man sagen, die tauchen immer schnell in den Shops auf und sind dann schnell wieder weg und bleiben dann meistens nur in den teuren Shops. Also kann auch sein, dass es den um die 300 gab. Wie auch immer. Ja, sehr, sehr teuer geworden die Serie. Ich habe mal zum Vergleich aber so ein bisschen was aufgeschrieben, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Zum Beispiel ein Gordon MacPhail Glen Cadem 28 Jahre Einzelfassabfüllung, 578 Euro. Fetter Kern, 28 Jahre Standard, also Originalabfüllung mit 42 Volumenprozenten, 548 Euro. Signatory Bruchleddy, 29 Jahre, ja, ist dann nochmal ein bisschen älter, 458 Euro. Und ich habe noch von Gordon MacPhail zum Beispiel einen Tomaten gefunden mit 28 Jahren. Den kriege ich auch noch für 278 Euro. Also ja, es gibt günstigere Sachen, aber das meiste, was ich, oder was ich damit sagen würde, die meisten Pullen, gerade wenn es jetzt auch aktuelle Flaschen sind, dieser Tomaten hier ist, glaube ich, von 2019 gewesen. Aktuelle Sachen sind meistens teurer und damit passt sich Glen Farg das einfach nur dem allgemeinen Preisgeschehen in meinen Augen an. Und wenn Sie mehr für Ihren Whisky kriegen können, ja, wie ich immer so schön sage, wäre es kaufmännisch auch ein Fehler, es nicht zu nehmen. Gut, Farbe habe ich gezeigt. Wie gesagt, zu der Flasche kommen wir später. Dann legen wir hier mal los. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht speziell gehört, dass das die besten Flaschen hier überhaupt sein sollen, aber es war wenigstens nicht von irgendwelchen Enttäuschungen die Rede. Das war nämlich bei manch anderen Abfüllungen dann durchaus zu lesen. Ich habe ja auch schon viertbefüllte Fässer probiert, gab es dieses Jahr auch wieder einige oder im Sommerrelease 2021. Aber die sind irgendwie durch die Bank alle durchgefallen, obwohl ich das von manchen Leuten kannte, dass sie die eigentlich auch mögen. Aber Pustekuchen. Ich kann da natürlich jetzt, will das jetzt nicht auf die Goldwaage legen, aber ich muss irgendwo ja meine Entscheidung dran ausmachen. Und so fällt sie hier auf Refill, also wird wohl First Refill sein. Ja, das ist Glenn Fagless Refill, Sherry Fasskultur, Oloroso, Sherry Fasskultur in Perfektion oder Klischeehaft. Sagen wir es mal so, Perfektion möchte ich ja gar nicht, jetzt noch gar nicht so viel sagen. Der ist vieles zugleich, der hat die typischen Glenfarktiskräuter, ja, nichts Außergewöhnliches. Dann hat er dazu aber so eine schöne Orangennote mit so leichten Zimt-Assoziationen und gleichzeitig Holz. Aber nicht erschlagenes Holz, sondern eher so eine Mischung aus nussiger Note, eventuell vom Oloroso und der Eiche gemischt. Und so nussig, holzig, dann kommt wieder diese Orange mit den Kräutern und dazu sanft und elegant. Also ich meine, wir haben ja hier immerhin 54 Volumenprozente, ist ja jetzt nicht gerade so, als wäre das ein schwacher Whisky. Aber er macht gar keine Mucken, jetzt irgendwie scharf zu sein oder Alkohol in der Nase zu vertreiben. Also wie gesagt, ich habe hier die unverdünnte Version. Und das ist, das gefällt mir, so eine leichte, teigige, gebäckige Grundnote, ja, wie soll man sagen, Gebäckmalznote, die so den Körper bildet und darum, ja, daran dockt alles an. Auch hier kriege ich gute Assoziationen zu Gebäck, zu Kuchenstücken mit, ja, ich sage jetzt einfach mal klischeehaft, so eine Nusstorte oder eine Nussecke, naja, ganz so viel Nuss, also so schlimm ist dann auch nicht. Und es ist nicht ganz so süß, aber es ist eine schöne, unterschwellige Süße dabei. Trockenfrüchte, ein wenig Rosine, nicht stark, das Ding ist keine Sherrybombe im klassischen oder im modernen Sinne, so muss ich das sagen, im klassischen Sinne finde ich das schon Sherrylastig. Aber eben mit anderen Facetten, Sherrylastig heißt eben nicht nur, bumm, voll auf die Nase, mit gib ihm Rosinen und roten Früchten und das war's. Sondern Sherrylastig ist in meinen Augen gerade klassisch gesehen was ganz anderes. Leicht trocken, leicht sommerlich finde ich das, vielleicht weil jetzt hier im März 2022 irgendwie das Verlangen nach dem Sommer da ist. Ja, der sagt mir zu. Und jetzt kriegt er doch Pfeffer. Jetzt kriegt er mehr Gewürze. Ein bisschen so scharfen Zimt, ganz leicht Muskat, dann Holzwürze, also da kommt das Refill fast durch. Ganz leicht speichelanregend, obwohl es so leicht trocken ist und das wird dann abgelöst von diesem leichten Speichelfluss. Dann kommt wieder mehr diese Orangennote durch, die Orangenschale kann man sagen. Das sind dann wieder so Holzeinflüsse. Ja, ich meine bei 26, 27 Jahren muss man mit Holz rechnen, gerade bei einem Refill-Bud. Aber das hier finde ich ist, äh, das Glenfarkles-Freund, doch schon gut. Also, vorne raus müssen wir gleich nochmal schmecken. Das geht ein ganz klein bisschen unter. Auf jeden Fall war es jetzt beim ersten Schluck so. Da war generell auch diese freundliche Kräuternote, diese Trockenfrüchte und dann hat es Bäm gemacht. Dann kam der Pfeffer, die Kräuter. Aber ist ja oft so beim ersten Schluck. Gerade hier auch in Fassstärke. Das Schöne ist, finde ich, bei diesen Fassstärken, wenn mir jetzt einer sagt, da darfst du kein Wasser dran tun, hätte ich überhaupt kein Problem mit. Wie oft hatte ich schon Abfüllungen, wo ich gesagt habe, Mensch, ohne Wasser ist es nur bedingt, ein Genuss, um es mal freundlich auszudrücken. Ein bisschen Marzipan. Dieses Gebäck, was ich eben sagte, mit Nusstorte. Ich meine, in Torten ist ja auch gerne, oder Teilchen ist ja auch gerne mal so ein bisschen Marzipaneinfluss drin. Dann sind wir über den ersten Schluck hinweg. Dann haben wir den zweiten. Immer noch voluminös mit dem Holz. Dann kriege ich eine leichte, bittere Note am Ende. Mag ich, aber möchte ich kundtun. Falls jemand sowas nicht mag. Es ist so ein bisschen, ja, schon ein bisschen mehr als eine zartbittere Schokolade. So Schokonoten habe ich hier, finde ich, eher weniger. Eher, wie gesagt, Gebäck. Mit Nüssen und ein bisschen Marzipan. Und von mir aus dazwischen ist ja dann oft auch ein bisschen Schokolade enthalten. Aber das sticht hier nicht raus. Da kommen dann viel stärker wieder diese Kräuter durch, die sich von vorne bis hinten durchziehen. Diese typischen Heidekräuter, Glenfarktiskräuter. Und so trocken in der Nase. So ansprechend. Wie ich vorhin schon mal sagte, sommerlich, trocken, wärme, verbreitend. Wie wenn man durch so ein Holzlager geht. Er ist nicht super süß, aber er hat dann so eine unterschwellige Honigsüße kommt da hoch. Ja, ihr merkt, ich gerade entschwärmen. Ja, 330 Euro. Oder wenn es auch 300 sind, ist natürlich astronomisch. Aber das, das gefällt mir. Ich packe mal ein Schlückchen Wasser dran. Also nicht, dass ich es wirklich bräuchte. Und ich weiß auch nicht, ob es besser wird. Sage ich ganz ehrlich. Also das ist ein Schlückchen. So, das reicht mir schon. Um einfach da mal ein bisschen das Wasser aufzubrechen, wie man so schön sagt. Um dem ein bisschen mehr zu entlocken. Das Schöne finde ich ja mit dieser Kräuternote. Ich hatte zuletzt den 10er und den 8er und diesen Heritage. Haben die auch alle. Das finde ich, diese Charakteristik finde ich so schön. Mehr Karamell, oder was heißt mehr? Karamell nehme ich jetzt wahr. Aber, kennt ihr vom Karneval diese quadratischen Karamelle, die dann in dieser grünlichen Verpackung sind? Ich weiß gar nicht, für was die steht oder damals stand. Aber daran ändert es mich jetzt so ein bisschen. Ich weiß nicht, was diese Karamelle für einen Einfluss hatten. Aber wenn es Kräuter oder sowas wären, würde ich es direkt unterschreiben. Es ist irgendwie so ein Karamellkräuterbonbon mit Orangenschalen. Meine Rosinen sind jetzt durchs Wasser ein bisschen weg. Er ist so ein bisschen... Honigkaramellkräuter. Da komme ich drauf zurück. Und das Holz wieder, diese Schärfe, das finde ich jetzt ein bisschen stärker. ist relativ identisch. Müsste man erforschen. Gibt es bestimmt noch was zu entdecken. Sicherlich kann man ihn nicht so super weit runter verdünnen. Oder wenn man jetzt, wie gesagt... Klar, da habe ich da noch ein bisschen Spielraum, aber... Nicht so viel bei höherprozentigen, ist ja logisch. Der gefällt mir. Also da habe ich keinen Fehler gemacht, ihn jetzt hier geschmacklich auszusuchen, zum Probieren. Ist für mich ein Sinnbild eines Refill Cherry Glenfarkles. Also das, was ich vorhin sagte, wo ich klischeehaft sagte, wo ich als erstes Perfektion... Ja, Perfektion lässt sich streiten. Das gibt es bei einem Whisky, finde ich auch nicht. Denn es gibt immer wieder andere Ecken. Das ist so ähnlich wie... Ich fotografiere ja meine Flaschen. Und mache da ja dauernd Fotos. Oft relativ identisch, gebe ich zu. Ich bin auch kein guter Fotograf. Aber das ist so ähnlich, wie wenn ich eben irgendein Objekt oder eine Person fotografieren will. Es gibt nicht das eine Foto. Und so ähnlich finde ich das beim Whisky auch. Es gibt nicht den einen perfekten Malt. Sondern das ist wieder ein super Beispiel für einen sehr individuellen Glenfarkles. Und der aber irgendwie so klischeehaft ist. Schön. Gut. Ich freue mich gleich auf unseren zweiten Kandidaten. Lassen wir jetzt noch eine Stunde Zeit. Und dann... Ihr werdet es, wenn ihr das hier jetzt als ganz frisches Video seht, müsst ihr das hier keine Woche warten. Und wenn es jetzt hier schon mittlerweile älter ist, dann braucht ihr ja nur ein zweiter Klicken, so nach dem Motto. Okay. In diesem Sinne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.